Die Flut beschädigte 500 Häuser und zerstörte Existenzen. Juliane Garhammer lagerte Wolle und Stoffe in ihrem Keller. Alles ist hinüber. Nun sind die ersten Schäden beziffert. Es ist aufgeräumt, die Trockengeräte laufen auf Hochtouren. Doch in ihrem Laden bleiben die Kunden aus. Es läuft unheimlich schlecht jetzt. Ist klar, wer hat jetzt Interesse zu strecken? Die Leute haben andere Probleme mit Hochwasser oder sonstigen. Das ist das Problem. Wir werden schauen. Es muss ja wieder besser werden. Ich will ja schließlich weitermachen. 5000 Euro Soforthilfe hat sie bekommen. Wochenlang war die Zufahrt zum Laden gesperrt. Nun kommt tagelang kein Kunde. Was bleibt, ist viel Zeit zum Stricken.